Wenn sowas passiert, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie es sich für die Betroffenen anfühlt. Wie es sich anfühlt, die Schuld zu tragen. Man kann von Glück reden, weil man nichts damit zu tun hat, wenn sowas passiert. Junger Mann, könnten Sie mir bitte aufhelfen? Kann man verhindern, dass sowas passiert? Entschuldigung, könnten Sie mir bitte aufhelfen? Was soll schon passieren? Halt! Meine Tasche, bleiben Sie stehen! Was soll schon passieren? 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 Laut WHO müssen wir damit durchkommen. Das ist jetzt nicht mehr Ihre Sache. Wir stehen jetzt in der Verantwortung. Wir gehen nun mit zum. Wiedersehen. Ich gehe keiner ran. Das frage ich auch nicht gleich nach, wo das genau sein soll. Wie lange habt ihr denn Training? Bis um halb. Ich weiß gerade, gestern sage ich noch, ich passe schon auf und weiß, dass wir beide in der Pflicht sind. Super anfangen. Warte mal. Entschuldigung? Ja? Hier müsste irgendwo ein Sportplatz sein. Ich weiß nicht, das ist ein Fußballtraining oder? Ich weiß, es ist da unten einer. 200 Meter circa. Ja? Ja, probieren müssen. Danke. Heute war ich richtig cool im Training. Ich habe einen starken Pass zu meiner Freundin gespielt. Überblick schnittlich abgeschrieben. Die wollen jetzt einfach nur eine Rekorde anhalten. Nein, die wollen einfach sehen, ob man ihnen das schon zutrauen kann. Fertig. Fuck! Ja, scheiß Radfahren. Das gibt mir Anzeige. Sorry, aber das war nun wirklich nicht nur meine Aufgabe, dass man da mal ein bisschen aufpasst. Was? Na, Armin. Los. Es reicht. Ich wem'n estáignass zu Miss. Hey, je, 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 je. Ey, 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 ey. Hey, na, alles klar? Ja, ich hoffe schon, aber alles klar, gehen mit dem Abrund. Das war das Besten, das Training war gerade zu Ende, da waren wir... Sophia? Hey, 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 hey! Sophia! Wenn so was passiert, kann man sich einfach nicht vorstellen, wie es sich für die Betroffenen anfühlt. Wie es sich anfühlt, die Schuld zu tragen. Man kann von Glück reden, wenn man nichts damit zu tun hat, wenn so was passiert. Kann man verhindern, dass so was passiert? Na, na, na. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entschuldigen Sie, ich helfe Ihnen kurz. Danke. Oh, Ihr Handy. Oh, danke. Ja? Ich war letztes Wochenende, ich war im Lächeln im Fußballstadion. Kannst du mal bis hinzukommen? Ja! Ja, mit einem richtig großen Fußballstadion, das wird Dir gefallen. Alles klar? Vielen Dank, junger Mann. Gernig schön. Gernig schön. Gernig schön. Untertitelung des ZDF, 2020